Sie war die tollste Wanderung meines Lebens, Papa. Und wie fandest du es hier? Es war die allercoolste und wundervollste Wanderung in meinem ganzen Leben. Amelie? Es war die tollste Wanderung in meinem Leben. Warum machst du es nicht? Glaub dich doch. Hallo. Hallo. Schreik über den. Ja. Lustig. Hallo. Wo bist du? Hier. Bitte mal. Oh, da. Ja. 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 Sieb. Zeck. Zeck. Greif ihn an, hol ihn dir den Ball. Oh, gut. Oh, gut. Komm mal schneller. Was machst du denn? Krass. Das ist eine leichte Bremse. Mama. Amelie. Krass. Ja. Auf sie. Wuhu. Oh, oh. Sieht doch richtig schein. Krass. Oh, langsam. Ach man, jetzt schon? Papa. Das habe ich entdeckt, oder? Ja. Vielleicht kommt Kraft. Aber lass das mal. Oh, jetzt wird es erst mal geputzt. Johnny, mach du. Auf sie. Quatsch. Sehr gut. Also. Ein Stein ist ein Stein und er liegt da oben. Also es ist ein Stein. Ein Rumstein? Ja. Ja. Ich höre das kleine Haus für ein... Papa. Kommt eine Frau zum Bäcker. Fragt die. Sagt sie, ich hätte... Amelie, das verletzten Bäume. Ein Schlunz im Wald. Kalea. Kalea. Hast du es voll? Ich nehm es. Ich hab nur einen Tube, oder? Floß nicht. Und man hat auch den Esbas, aber der hat eben auch den Dings aufgegeben. Bremssystem defekt, sagt er. Ein Video gerade.